So jetzt. Oh Mann. Hat er dich wieder arg gelabert? Ja. Geil. Oh Mann. Zickzackzart. Aha. Die Sternensteinsucher kehren zurück. Das trifft sich gut, für wahr, denn ich habe über das Wesen unserer Heimatstätte nachgegrübelt wie ein Dichter über seine Muße. Weiter. Einstweilen werde ich davon absehen, euch mit unfrohen Vermutungen zu unterhalten oder, was auch sein kann, zu verärgern, bis ich in dem Irrgarten in meinem Kopf zufällig über einen Hinweis stolpere, der konkreter ist als reine Theorie. Weiter. In der Zwischenzeit und im Interesse der Zeit, die es zu retten gilt, erzählt mir bitte mehr über das, was ihr in dem weiteren Raum gesehen habt, den ihr während eures vorherigen Besuchs entdeckt habt. Jetzt habe ich sehr viel Auswahlmöglichkeiten, was ich sagen kann. Nämlich eine. Wir sind einem, wie wir glaubten, spirituellen Wesen begegnet. Ein Wesen, das ihrem Aussehen nach zu urteilen in enger Verbindung mit der Natur steht. Ein Naturgeist, wie? Wundersam, für wahr, ganz und gar nicht das, was ich in dieser Behausung zerstörter Träumereien erwartet hätte. Könnte sie... Weiter. Aber nein. Haltet eure geschwätzige Zunge im Zaum, zix zacks. Oh, er ist schizophren. Du hast versprochen, um keine gewagten Spekulationen zu äußern und nun haltet euch an euer Wort. Weiter. Äh... Habt Dank, meine Freunde, dass ihr mir gefällig wart. Ich glaube, ein neues Portal hat sich aufgetan und zweifellos brennt ihr genauso wie ich darauf. Brennt, hahaha. Äh, herauszufinden, was dahinter liegt. Sehen wir nach. Ende. Okay. So, müssen wir mit's nach. Das wär toll. Ich meinte ja etwa das hier. Zur inneren Kammer. Mit Ruh. Mit Ruh. Mit Ruh. Ja. Oh, Mann. Jetzt bin ich die... Wer redet mal wieder mit mir? Ich merk's. Oh, Mann, ey. Bei den Reißzähnen der Lehre, es ist wahr. Sie sagte mir, dass sie euch gesehen hätte. Doch niemals hätte ich an den Wahrheitsgehalt ihrer wahren Vorstellung geglaubt, bis sie sich hier und jetzt vor mir manifestierten. Ihr wurdet unbestreitbar. Weiter. Die niederträchtigen Wächter höchstpersönlich. Es ist übernatürlich unwiderlegbar, aber oh, wie lange seid ihr schon gefallen. Weiter. Seht euch an, was aus euch geworden ist. Was einst Sterne waren, ist jetzt totgeweihte Asche. Weiter. Ihr seid zu bemitleiden. Ende. Guck mal, da links davon, also nördlich, ist da auch ins Auge in grün. Uh, lalabumzele Schock. WTF. Ja, cool, da kann ich mich anpassen. Anpassen? Was soll das heißen? Also, neue Frisuren, so ein Gramm. Also, Quatsch. Warum denn sowas? Weiß nicht. Moment. Und was schießt jetzt an? Achso, nee. Ich dachte wahrscheinlich, ich kann meine Klasse verändern, aber ich könnte mich auch weiblich machen. Alter, was zur Hölle? Warum denn sowas? Nein, das mache ich nicht. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm. Das ist echt geil. Cool. Cool. Was soll denn das? Ah, gut, jetzt geht's wieder. Das braucht man doch. Oh, hier geht's ja noch. Äh, draußen auf die Terrasse. Ich sag schon die ganze Kälte in. Ich, äh, ayo, ich glaub immer alles. So sieht's ja aus. Schlawine. Noch nichts unberührt. Ich weiß nicht, hier draußen ist irgendwie nichts, äh, also schon was, aber nichts bemerkenswertes. Oder erwähnenswertes. Fragst du, was bringt dieser Raum? Doch, hier war irgendwas. Mann, 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 Sternen, äh, Sternenstaubkraut brauch ich nicht. Nun, dieser Raum scheint mir nicht sehr viel zu bringen. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Dein Hund hast du da gelassen. Oh, wie toll. Wo bist du denn? Ich bin hier vor dem... Ding. Wir müssen unsere Pferde versammeln, bevor wir weitergehen können. Jetzt haben wir aber, war kein Lava-Fiescher mehr übrig, oder? Ich glaube nicht, nein. Gut, gut. Dann können wir ja diese Kirche aufsuchen, die wir aufzusuchen, beauftragt wurden. Durchaus möglich ist das. Was ist denn das hier? Man kann jetzt diese Brücke auch benutzen. Lol. Aha. So kommt man also in andere Gebiete. Ja. Moment, ist das dieses Gebiet, wo die Hex sind soll? Das weiß ich nicht. Lucula Forest. Ja, ich sehe, ich sehe. Oie, oie. Wegpunkt entdeckt. Können wir von hier aus jetzt auch in das andere Gebiet teleportieren? Oder nur in diesem Gebiet? Ähm. Das werden wir sehen. Oh, auch in andere Gebiete. Toll. Das kommt gleich einer und schreit uns an. Oh Mann, immer ich. Ja. Der Summit sagt, wartet, stopp. Kann es sein? Ein Quellenjäger? Welch Glück, welch schicksalig bin gerettet. Weiter. Sie sind auf der Suche nach mir. Sie wissen, dass ich geflohen bin. Und sie werden nicht aufgeben, bis sie mich in zwei geschlitzt haben und meine Leiche mit Dunkelheit verdorben haben. Dann könnte ich ja fragen, wer seid ihr. Aber ich bin mal ganz uninteressiert in seiner Person. Und verfolge egoistische Ziele, wie der Tristan sagen würde. Ähm. Wisst ihr, wo ich die weiße Hexe finden kann? Die Hexe, du, die ihre Hütte ist, nur einen kurzen Fußweg von hier entfernt. Seht. Weiter. Ich habe mir immer sagen lassen, dass die merkwürdige und schweigsame Hüterin von Lukula selbst eine Quellenmagierin war. Obwohl ich jetzt sehe, dass wenn es wahr gewesen wäre, dann würden die Makellosen mit und nicht gegen sie arbeiten. Was ist das für ein Satz? Obwohl ich jetzt sehe, dass wenn es wahr gewesen wäre, dann würden die Makellosen mit und nicht gegen sie arbeiten. Noch ein Schwachsinn weiter. Zurzeit hat die Mittlerin persönlich befohlen, dass die Hexe um jeden Preis eingesperrt wird. Warum, weiß ich nicht. Aber jeder Feind dieser Bande von Dämonen ist Freund eines jeden anderen. Wer seid ihr? Ich bin Samit. Einst ein einfacher Minenarbeiter. Einst ein ergebender Makelloser. Jetzt ein Flüchtling von sowohl Religion als auch Heimat. Erzählt mir über die Makellosen. Ich habe mich einst zu den treuesten unter ihnen gezählt. Ich warte, den Makellosen wegzuergeben, dass ich schnell aufgestiegen bin und in alle esoterischen Rituale der Makellosen-Methode eingeweiht wurde. Weiter. Das erfordert dann immer so auf der Bunde. Ja, weiter. Aber gerade rechtzeitig habe ich zu viel entdeckt. Als ich Zugang zu Heiligenstein bekam, dem am meisten geschützten Dorf der Makellosen, musste ich mit Schrecken beobachten, wie unsere erleuchteten Anführer ganz unverschämt die dunkelste Quellen-Magie verwendeten. Weiter. Ja, ich habe dieses korrupte Handeln sofort unserer obersten Geistlichen, der Lady Attenbera, gemeldet. Ich werde ihre Lache nie vergessen, freudlos und unmenschlich. Ihre Lache, verstehst du, ihre Lache soll das zusammenpassen. Ihre Lache, ja. Wie ich es mir, meine, wie es mir meine Beine ermöglichten. Ich bin Samit. Und nun müsst ihr tun, was ich nicht kann. Ihr müsst die Dunkelheit besiegen, die den makellosen Weg verzerrt hat. Die Quelle, die ihn verdirbt. Was, warum hast du jetzt immer gesagt, ich bin Samit? Ja, ich bin so lustig, dass du es sag. Ja, so. Ja, Mann. Äh. So, ihr hattet das Dorf Heiligenstein erwähnt. Wo finde ich es? Ach so, es geht weiter. Ja, ja. Um Zugang zu dem Schlangen-Nest zu bekommen, müsst ihr einer von uns werden. Ich meine, einer von ihnen. Was ist es? Ja, so ungefähr schätze ich das Ahem. Einer von ihnen. Ähm. Sprecht mit Leuk. Weg, der makellosen Abt des Dorfes im Norden. Silbertal heißt es. Er wird sehr erfreut sein, einen weiteren Konvertit zu gewinnen. Verstehst du? Nur die integrierten, als Zugang der Heiligenstein. Ich bin dann mal weg. Jetzt rede ich schon wie du. Quellenlänger, im Namen der unschuldigen Makellosen, diejenigen, die nichts über die Giftschlange an der Spitze des Kultes wussten, bette ich dafür, dass ihr die Wahrheit ans Licht bringt. So viele von uns suchen nur nach der Seele. Es war uns nicht bewusst, was von uns als Gegenleistung für Opfer verlangt würden. Was? Alter, das ganze, die ganze Story hier ist mir so esoterisch. Ja, schon etwas. Guck dir mal die Brücke an, wo die hinführt. Sieht echt geil aus. Ja, abgesehen, abgesehen davon will ich ja irgendwie in dem Gebiet hier jetzt nicht reinfuschen. Ich würde erst gerne das alte, so weit es geht, abschließen. Ja, wollen wir den Wegpunktschein benutzen? Ja, ne, ich meine, wir können ja eh so weitermachen, ohne. Wir müssen ja nur eine andere Abbiegung nehmen, glaube ich. Ah, na, hier war es ein Summit. Hm, Summit. Ich raff nix mit dieser Quelle und Seele und was, weiß ich. Ja. Also ich glaube, die Story-Entwickler bei dem Spiel, die waren ein bisschen high. Die Quellenmagier sind jedenfalls böse und wir sind ja die Quellenjäger. Die die Quellenmagier jagen. Ja, ja. Cool. So, Moment. Wir kommen da nicht so ohne weiteres durch. Hab ich recht? Ja, scheint mir so. Mhm. Mhm. Was? Aber nee, hier ist ne Brücke, das ginge doch auch. Naja, was heißt Brücke? Das ist mal hier entlang so. Stöpern, ohne zu sterben, möglichst. Schon getan, hä. Also gestorben, hä hä. Ach so, hä. Also what the fuck? Zombie-Troll. Wo? Da. Ja, du, cool. Können wir da irgendwo drauf? Ölfass. Gut, fuck. Geil. Hab ich gut gemacht, ne? Hast du gleich noch Regen dazu machen? Ja, das ist... Moment, was hab ich denn hier? Ich werd' mir die Salve nehmen. Ah, was? Ziel ist unzuschbar? Was? Versteh ich jetzt nicht. Moment. Ich kann ja laufen. Zwei Aktionspunkte hab ich. Ich muss da jetzt mal was testen. Hä? Ah, jetzt geht's gut. Mach's mit deiner Hand. Scheiße aus. Wieder aus der Hölle. Ah, ja. Und nun mach ich Regen. Mom. Entschuldigung. Wird ein Sahnenwirt, wenn's regnt. Genial. Das war dein tolles Beigehat. Ein Panzerhimmel. Geil. Hat er hier noch so ein Teil? Schleimfass. Das ist doch Schleim, was du leid, oder? Ja. Gut, dann mal geschickt vorbeilaufen. Ich weiß nicht, ob das klappt. So, jetzt war ich hier schon so dunkel. Oh, das ist ja nervisch. Jetzt muss man ihn geschickt hier drumherum. Damit man durchs Öl läuft, statt durchs Gift. Aber du könntest dein Hund mal neu. Kannst du da graben? Was für ein Digging? Ah, ja, stimmt. Es hat sogar geblinkt und ich dachte schon, was ist denn das? Mach mal den Hund wohl neu. Mach mal den Hund neu, ja. So, was ist noch so drin. Nicht identifiziert Metallrüstung und ein elfischer Wasserstab. Ich werde dir beides zusenden. Äh, wenn ich's finde. Ähm, ja. Zwecksidentifikationen. So, dann wo ist der Stab jetzt? Ah, hier. Wer liegt da überall? Ja. So, dann wo ist der Hund, ey. So, was hast du jetzt gekriegt? Dein Stab? Ja, ich weiß nicht. Lord Walden! Willst du den Stab an die Jacht anschicken? Ja. Und ich die Metallrüstung gut. Wieso gut, hä? Ich muss jetzt. Schade. Ah, guck mal hier, hier können wir auch ein bisschen buddeln. Lasst uns ein paar Tote ausgraben. Wie wundertoll, das sind einige. Oh Mann. Wer sind hier der Friedhofswahnsinnige? Ja, spricht mich an. Der Ohne. Der Ohne, ich sehe niemand. Ach so, jetzt sehe ich ihn. Aha, wie ich sehe, habe ich Gesellschaft bekommen. Und das zu einem so vorzüglichen Augenblick. Weiter. Ich will gerade ein kleines Experiment durchführen. Und wenn ihr an Magie und Wissenschaft interessiert seid, tut ihr mir sicher den Gefallen, an dem Experiment teilzunehmen, oder? Weiter. Ich habe dieses Gebiet mit mehr als nur ein paar kleinen bösartigen Freunden zugestellt, die vor Vorfreude auf das Abendessen nahezu platzten. Ja, das tue ich auch. Aber sie verabscheuen rohes Fleisch. Vielleicht braten sie euch also noch an, bevor sie euch die Kehle herausreißen. Weiter. Eure Aufgabe besteht darin, euch eurem unvermeideten Tod ein wenig zu widersetzen. Klingt gut, oder? Weiter. Gut, Achtung, fertig, los. Ende. Jetzt. Wir fallen fond. Wir schachten. Ich habe 1, 2, 3, 5, 5 mintags, 5, 5 oder so zur gigantageneten. ACK. Das, wenn wir� golden.